herzlich willkommen zu einer neuen folge fortnight heute ist der letzte teaser zu season 10 rausgekommen und bevor ich euch das ganze zeige werde ich euch erst mal den derzeitigen zustand der kugel zeigen und denn damit hat auch der letzte teaser schon etwas zu tun ich habe mir schon angeguckt und gleich werde ich euch ihnen auch noch zeigen und es tatsächlich ein premiere dass das was im teaser passiert und zwar ist es kein teaser bild sondern teaser video kleine clip nicht lang und hier sehen wir gerade die kugel dann hier haben wir nämlich den teaser vor zehn minuten zero in das heißt es heißt ja zero point und es heißt wahrscheinlich zero ist dann die form wie der zero point explodiert oder der nullpunkt dass jetzt im prinzip wieder die zeit auf null gesettet wird kann das auch bedeuten wir gucken uns jetzt einmal an als zum ersten sehen wir hier auf jeden fall die kugel schwebt hier oben relativ weit über dem bunker hier normalerweise ist hier auf der höhe des baumes man hier sieht da ist der baum das kugel und dieser ist sie da oben so ungefähr das heißt sie wird auf jeden Fall rausgekommen dann bildet sich erst mal im prinzip so riesige elektrophäden herum wie so ein elektromagnetisches feld und danach explodiert es dann eine gewaltende explosion schon ähnlich wie bei der explosion oder da damals als der meteor in den dass sie in das sie depot eingeschlagen ist und das wird wahrscheinlich im zeit resetten oder so ähnlich ja und wie man hier sieht die kugel sieht noch nicht ganz aus wie die kugel hier vorne manche haben das glaube ich schon gesehen können irgendwie durch bachst dass man die frühzeit schon sieht das heißt das aber jetzt erst die vorletzte stufe und morgen wird es dann auch direkt im stream geben mal gucken wann ich aufwache spätestens 9.30 werde ich versuchen den stream anzuhauen dann gibt es patch notes, leaks und neue karte könnt ihr euch auf jeden fall schon freuen und falls ihr dann auch noch weitere streams nicht verpassen wollt wenn es jetzt vielleicht nicht um allzu krasse heben geht es dann einfach mit chillig zocken dann checkt auch gerne den twitch kanal in der video beschreibung ab würde mich auf jeden fall freuen und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder bis dahin ciao